Willkommen zurück zum OKCHAO-Podcast. Der Tag ist gekommen. Wir sprechen über Luke Mockridge. Wer von Anfang an mit uns dabei ist, weiß, dass wir schon mehrmals über ihn gesprochen haben. Diese Folgen sind nicht alle zu finden. Auf YouTube aber schon. Das eine Video ist privat. Aha. Weil das konnten wir nicht. Also, wir haben nichts Stimmiges gesagt, aber es war einfach, wir haben so ein Backlash bekommen damals. Es war so heftig während der ganzen Ines Agnoli und Luke Mockridge Sache. Da wollen wir auch gar nicht so krass drüber sprechen, weil es halt einfach nur Wut bringt und irgendwie wir nicht mehr diskutieren können. Aber der Typ war bei unserem Lieblings-Podcast sogar. Bei die Deutschen. Und mit denen haben wir eigentlich ein persönliches Hühnchen zu rupfen. Sagt man das so? Ja. Luke Mockridge war bei denen im Podcast. Und wir hatten nämlich damals über die beiden gesprochen, als wir über Luke Mockridge und Anni Jolie gesprochen haben. So kurz haben wir über die gesprochen. 40 Sekunden. Da habe ich ein bisschen Fake News und ein bisschen Rage reingebracht. Fake News? Ich habe gesagt, dass die beiden über Kachelmann gesprochen haben. Haben die aber nicht. Aber die haben den Podcast noch mal an. Mal gucken, ob das so ist. Aber die haben so zum Teil Falschinformationen über die Causa verbreitet. Und ich hatte mich dann darüber aufgeregt im Podcast. Und dann haben die uns 45 Minuten ihres Lebens gewidmet. Und danach sich noch ein paar Wochen lang darüber aufgeregt. Und wir waren so, boah, wie gehen wir damit um? Dann haben wir irgendwie nur so eine Minute über die in der darauffolgenden Folge geredet. Und das war's. Und wir hatten kaum Zuhörer. Ein paar hundert oder ein paar, ich glaube, tausend Downloads oder sowas hatten wir, was schon cool war für uns damals. Aber wirklich, wir hatten super, wir hatten keine Community. Ein paar Leute haben uns zugehört. Und die haben uns halt genau in einer Tour versucht, fertig zu machen. Weil die wussten, dass sie es können. Genau, richtig. Haben uns richtig viel, also so ganz viele Fans von denen haben bei uns hast Kommentare hinterlassen. Wirklich hunderte von Kommentaren. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir haben die Mentalkapazität nicht. Wir haben noch studiert, gearbeitet, alles in die Wahl gemacht und wollten uns einfach davon distanzieren. Und wir haben einfach nur auf diesen Moment gewartet. Aber wir werden in dieser Folge nicht auf unseren Beef drauf eingehen, weil wir wollen dem Thema Abelismus seinen Raum geben. Das hast du gut gesagt vorhin. Zu mir privat. Und wir werden einen Deep Dive zu den Deutschen machen. Das wird unsere, ich will nicht sagen, kleine persönliche Abbrechnung sein. Das wird unsere Redemption, nee, nicht Redemption, das ist blöd, weil wir haben nichts Schlimmes gemacht. Aber das wird unsere doch Abbrechnung sein. Weil es hat uns sehr verletzt. Das war echt krass, wie die von oben nach unten mit Karacho getreten haben. Richtig. Und was für... Die sich von uns so bedroht gefühlt haben. Und was für ein Full Circle Moment, dass sie wieder mit Luke Mockridge da sitzen. Nicht wieder, dass sie jetzt mit Luke Mockridge da sitzen und einen Shitstorm kassiert haben, der newsworthy ist. Das heißt, wir berichten jetzt erstmal darüber und dann nächste Woche im Deep Dive. Weil diese Woche erscheint kein Deep Dive. Wir wollten über Blake Lively nochmal sprechen, Gossip Girl. Aber das ist jetzt so krass gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir pausieren das und machen jetzt das nächste Woche Sonntag mit den Deutschen. Und dann gucken wir uns mal an, was die noch so gesagt haben. Weil die sind echt krass. Also, ich hätte nie gedacht, dass die so schlimm sind. Weil die waren am Anfang nicht so. Ich war ein Fan von denen am Anfang. Ich weiß. Ich fand die auch witzig. Ja. Und das ist eine sehr traurige Entwicklung. Aber abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben wollt. Folgt uns wie immer auf Instagram und TikTok unter Okicha Podcast. Den Podcast könnt ihr auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Bei Anmerkungen, Kommentaren drunter schreiben. Bitte respektvoll bleiben. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein. Ich werde nicht auf alles eingehen können. Es haben so, so viele Leute darauf reagiert. Ich musste mich wirklich nur auf das besinnen, was passiert ist. Und ich habe damit schon fast vier Seiten gefüllt. Deswegen, wenn ihr über andere Takes noch reden wollt, dann macht das in den Kommentaren. Ihr könnt euch da super austauschen. Ich versuche mich echt nur auf das Wichtigste zu besinnen. Genau. Wir können uns ja auch im Deep Dive noch ein bisschen damit beschäftigen. Am Wochenende veröffentlichte Luisa Dellert ein Reel, das das Internet zum Kochen brachte. Dellert zeigt dort einen Ausschnitt aus dem Podcast Die Deutschen mit Nizar und Shayan, den sie selbst am 15. August auf TikTok hochgeladen haben. Das heißt, diesen Clip gibt es schon ein bisschen länger. Knapp einen Monat. In diesem Clip sehen wir Luke Mockridge, der über die Paralympischen Spiele spricht. Die drei Männer schaukeln sich während dieser Unterhaltung hoch und machen sich über Menschen mit Behinderung lustig. Dann erzählt Mockridge, dass es Menschen ohne Beine und Arme gibt, die man ins Becken wirft, woraufhin Nizar kommentiert, die ertrinken doch und Mockridge sagt, wer als Letzter ertrinkt, der hat gewonnen. Dellert erklärt, dass wir hier sogenannte Comedians dabei zuschauen, wie sie diskriminierende Dinge sagen und sich hinter ihrer Comedy verstecken. Sie gibt dann Janina Nagel ihre Plattform, die geschockt über das Video ist und an die Mehrheitsgesellschaft appelliert, sich mit marginalisierten Gruppen zu solidarisieren. Denn nur so kann man was verändern. Und die Welle an Solidarität ist krass. Ich liebe es. Ja. Krass. Die Kommentare sind dementsprechend auch krass. Prominente Kommentare, deep und deutlich, schreibt, hä, warum ladet ihr nicht mal Luke Mockridge ein? Die Redaktion schockierte Augen. Mujis, that's why. Ann-Kathrin Schmitz schreibt, wie kann man so kaputt sein wie diese drei Typen? Mir fehlen die Worte. Henry Mysterio, Luke Mockridge beweist jedes Mal aufs Neue, was er für ein unreflektierter und bemitleidenswerter Typ ist. Anna Lipke, mal davon abgesehen, wie widerlich diese Aussagen sind, finde ich es schon fast faszinierend, dass niemand von den Leuten, die den Rohschnitt des Videos gesehen haben, auf die Idee kam, ey, vielleicht sollte man sowas nicht hochladen. Und dann dachte ich mir, krass, ihr kennt diesen Podcast nicht. Dieser Podcast ist unhinged, Leute. Voll. Unfucking hinged. Und der war nicht immer so. Die haben sich richtig krass in die Richtung entwickelt, die widerlich ist. Die beiden haben super entspannt angefangen, haben über Filme gesprochen, über ihre Freundschaft, easy, besprechen wir alles im Deep Dive und dann haben die, glaube ich, gemerkt, dass es, dass je krasser sie sind, umso, ja, mehr Aufmerksamkeit bekommen sie mehr. Ich frage mich genau, was passiert da bei solchen Leuten? Also gut, wenn du dir die Kommentare halt durchlesst, die haben sich eine Community zusammengesucht, die halt alle ähnlich denken und die für alles feiern, egal was sie sagen. Ob es Sinn macht oder nicht. Ja. Nisa und Shayan testen nämlich in jeder Folge die Grenzen des Sagbaren, vor allem Nisa. Also man merkt auch, dass Shayan sich oft, also sich, der lacht sich kaputt, ist oft sehr geschockt und ist so, du kriegst uns noch irgendwann komplett gecancelt und that's happening right now, das ist das Ironische daran. Ja. Ein kleiner Vorgeschmack, das alles könnt ihr auf deren TikTok-Accounts sehen, ich muss den nicht mal wirklich tief graben. In Folge 315 sagen sie, dass große Frauen einfach nicht attraktiv sind und sie keine großen Füße haben sollten. Ich müsste jetzt meine Füße in die Kamera halten. Du hast wunderschöne Füße. 141 going strong. Ja. Vielleicht nehmen sie das nicht persönlich. In Folge 413 sollten Frauen nicht erfolgreich als ihre Männer sein, weil sie ihn so nie respektieren könnten. In Folge 441 erklären sie, dass Männer ihre Emotionen unterdrücken sollten. Gesund. In Folge 313 sagt Nisa, dass er niemals eine 40-jährige Frau daten würde, weil sie wie ein Kaffeefilter ist und sie sagen auch, dass es eklig und pervers sei, wenn Männer Gynäkologen sind. Und immer wenn sie Kritik einstecken, betonen sie, das ist doch alles nur Spaß, Leute. Und sie hassen doch eigentlich niemanden. Aber wirklich, ich habe mir das mit dem Gynäkologen, das ist mir angezeigt worden, als Medji darüber gebrüstet hatte. Das hatten wir ja auch geteilt. Und daran merkt man doch, wie schlimm diese Kommentare sind, weil sie nicht verstehen, was für Auswirkungen das haben kann. Sie haben vor allem auch sehr oft hochkarätigen Besuch wie Bushido, Sido und andere große Medienschaffende und KünstlerInnen. Noch bevor alles geschah, einmal zurück die Zeit spulen, postete Nisa am 2. Juli auf X Twitter, Luke Mockridge war heute im Podcast. Macht euch bereit Woke Bubble. Wie es sich für ein Kobold gehört, habe ich eine ganz ekelhafte Seite rausgekitzelt. Ich freue mich auf das Rumgeheule. Am 15. August wird dann die Episode ausgestrahlt. Witzigerweise und ich habe mir die auch angeguckt. Witzigerweise leitet Nisa die Folge mit den Worten ein, Luke ist einer, der keine Lust mehr auf seine Karriere hat und deswegen hat er gesagt, ich komme heute bei denen vorbei, woraufhin Luke entgegnete, ich habe halt nichts mehr zu verlieren. Doch hast du! It's coming! Und das ist so, ich habe mich totgelacht. Leute, es geht immer schlimmer. Fühlt euch nie zu sicher. Nie. Vor allem Luke, weißt du, vor allem Luke arbeitet mit den Öffis zusammen, mit so vielen großen zusammen, die kein Problem haben, ihn zu canceln, also einen Auftritt zu canceln. Aber gerade, weil er immer wieder da durchkommt, die lassen ihn ja machen. Die Öffis haben, den Jan immer wieder gezeigt, dass denen das scheißegal ist. Die holen sich die weirdesten Dudes ins Studio, die die weirdesten Dinge sagen und dann sind die so, oh, sorry. Ups. Ich bin mal gespannt, wie das halt mit Oliver Pocher weiterläuft. Das ist unser bestes Beispiel, wie lang der noch da ist. Jeder darf alles machen, was er will, am Ende des Tages. Aber diese Leute müssen dann auch den Backlatcher tragen. Das ist, ja. Nisa erzählt, das fand ich auch sehr interessant, dass er in Köln geblacklistet wurde und nicht mehr auftreten darf, weil er während eines Auftritts in Köln, ich schreibe jetzt queerfeindliche Witze, das würde er jetzt nicht so framen, gemacht hat, die der Veranstalter nicht okay fand. Er gibt folgenden Kontext. Seine Witze treffen alle. Ihn persönlich, seine Familie, Frauen, migrantische Gruppen und auch queere Menschen. Und der Veranstalter fand das wohl gar nicht geil und dann gab es wohl einen riesen Terz und dann wurde der geblacklistet und er darf nicht mehr in Köln auftreten. Er sagt halt, ja, aber ich habe ja nichts gegen queere Menschen, ich habe halt nur Witze gegen sie gemacht. Okay. Witzigerweise echauffiert man sich aber nur über Witze gegen Frauen und queere Menschen, sagt er, weil diese halt offensichtlich privilegiert sind. Weil über die Witze, die er gegen migrantische Gruppen gemacht hat, da hat er nichts gesagt. Aber wenn man was gegen Frauen und queere Menschen sagt, dann ist der Stress groß. Das ist der gleiche Take, den Dave Chappelle auch gemacht hat. Oh. Er hat sich über Transmenschen lustig gemacht, hat sich dann echauffiert darüber, nicht echauffiert, sondern hat halt den Vergleich gemacht, wenn ich Witze über schwarze Menschen mache, dann regt sich keiner drüber auf, aber wenn ich Witze über die mache, dann regt sich halt alle drüber auf. Aber dieser Vergleich hinkt halt einfach, weil wenn du selber Migrant bist und du machst Witze über dich selber und deine eigene Community, ist das einfach nun mal was anderes. Genauso, ich weiß gar nicht, ob du über Matthias Meester noch sprechen wirst, genau. Das ist genau das Gleiche, aber da kommt es ja gleich zu. In der Gruppe diskutieren sie dann, ob diese heftige Reaktion auf Comedy eine besorgniserregende Entwicklung sei oder immer schon so war und halt durch Social Media mehr Sichtbarkeit bekommen hat. Nizar scheint der Meinung zu sein, dass er, gerade weil er sich über alle lustig macht, niemanden diskriminiert. Über Menschen, die er wirklich hasst, würde er nie sprechen wollen. Das ist so ein ähnlicher Take, wie den Serdar Sumuncu hat, nur dass Serdar Sumuncu ganz, ganz, ganz lange sehr politisch aktiv war und sich für viele Menschen auch stark gemacht hat. Und das weiß ich halt nicht bei Nizar, wie er so ist. Ich kenne jetzt Serdar's so Comedy-Routine nicht so sehr, aber Serdar macht ja auch mehr Satire, Satire, oder? Und Satire hat ja zum Ziel, gesellschaftliche Missstände aufzudecken und tritt ja eigentlich auch nicht nach unten, sondern mehrheitlich nach oben, nur sollte es zumindest sein. Bei ihm weiß ich gar nicht, ob das so ist, er macht sich halt schon lieber so alles lustig, aber er zeigt damit halt Missstände auf. Nizar macht sich einfach nur drüber lustig und beutet ja diese Menschen einfach aus. Ja, also Serdar's so Mensch hat in den letzten Jahren auch viel Shit abbekommen, weil er krasse Dinge auch gesagt hat. Also um ihn nicht zu verteidigen, ich kenne seine Comedy-Routine nicht so gut. Aber er hatte mal ein großes Stand-Up-Ding, ich glaube das lief auch auf Netflix, wo er auch gesagt hat, jede Minderheit darf irgendwie, über die darf ich mich lustig machen und die diskriminieren und dann hat er auch krass ausgeteilt und so. Aber ich finde, es gibt halt auch immer einen Kontext. Ich weiß jetzt, werden sich viele hier unter den Kommentaren auch streiten, weil viele den auch nicht mögen. Wir können uns den ja auch mal genauer angucken. Ich höre auch viel von dem und lese viel von dem, weil ich auch lange Fan von dem war, dass der auch sehr viel wichtige Arbeit gemacht hat. Er hat ja aus meinen Kampf rausgelesen, sich mit Nazis angelegt, er macht viel politische Arbeit und so und deswegen in seinem Kontext empfand ich das damals nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie ich es heute beurteilen würde, man müsste sich das nochmal angucken. Aber es hat mich ein bisschen daran erinnert, nur dass ich finde, Sumuncu ist ein anderes Kaliber als ein Nisa. Natürlich. Natürlich. Wirklich. Also ich weiß ja noch, wo ich den Podcast angefangen habe zu hören, weil du ja so ein Riesenfan warst. Von denen jetzt. Von den Deutschen oder wie hießen die damals? Die Pyjamisten. Genau. Die Korpsmolester haben die sich auch genannt. Ach du meinst. Ich war wirklich ein Fan. Ja, ja, ja. Und es gab auch ein paar witzige Szenen, aber meistens fand ich einfach nur, dass die Scheiße gelabert haben. Es ist Scheiße gelabert gewesen. Es war so Junggespräch. Genau. Okay, ich kann mir das nicht einfach nennen. Ja. Ist okay. Ja. So, Mockridge und die Deutschen geben sich dann Props dafür, dass sie Ecken und Kanten haben und ihr Humor halt nicht all glatt ist. Bei Minute 41 fangen sie dann an, über die Paralympics zu sprechen. Luke findet das Konzept wirklich toll und mit Hilfe von Matthias Meester, der Leichtathlet und Paralympics-Gewinner ist, hat er sein neues Comedy-Programm erarbeitet. So nennt er, so framet er das jetzt. Meester habe ihm das Go für die Witze gegeben und auch erklärt, dass Menschen mit Behinderung keine Lust haben, einfach nur Mitleid zu bekommen. Auf die Frage hin, was er zu Leuten sagt, die sich dadurch verletzt fühlen könnten, erklärt dann Mockridge, dass es dann so ist und man nicht jeden glücklich machen kann. Um ehrlich zu sein, kann ich auch nicht sagen, wer jetzt unsensibler ist, Luke oder Nisa, weil die schaukeln sich hoch, vor allem Nisa schaukelt sich da richtig hoch. Während Luke zumindest so ein bisschen Kontext gibt und die Paralympischen Spiele auch irgendwie bewundert, auch darüber spricht, im Austausch mit Mäster zu sein, mokiert halt Nisa in einer Tour Menschen mit Behinderung und äfft sie nach. Aber halt dieser Kommentar, dieser Satz mit, der der halt nicht ertrinkt, das ist einfach abgefuckt. Also alles daran ist abgefuckt und ich habe versucht so zu gucken, okay, was finde ich gerade eigentlich schlimmer an dieser Unterhaltung, falls man das überhaupt so sagen kann, weil der eine, der redet noch irgendwie zumindest ein bisschen gut und der andere macht sich halt nur lustig darüber und denkst dir nur so, was ist das gerade für eine Unterhaltung? Vielleicht müssten wir dann halt lieber mit Menschen sprechen, die da betroffen sind. Das ist es, weil wir können sich einschätzen. Shayan regt sich dann darüber auf, das fand ich dann auch crazy und das habe ich auch gar nicht verstanden, und Shayan regt sich dann darüber auf, dass das Werfen von kleinwüchsigen Menschen im Weitwurf mittlerweile verboten sei. Und Mockridge wirft ein, dass sich bestimmt nur Menschen darüber aufgeregt haben, die davon nicht betroffen waren. Und dann, die haben das aber irgendwie so super ernst gesagt und ich war nur so, ist das gerade sarkastisch gemeint? Ich hoffe, dass es sarkastisch gemeint ist. Wann war das jemals in Ordnung? Also das war im Kontext, also wenn der das meint, so meint der Shayan, in den 50er Jahren, in den 90er Jahren gab es das wohl noch. Also diese ganzen Zirkusse, wo Menschen mit Behinderung, mit was auch immer, vorgeführt wurden und dafür Geld bekommen haben, auch, dass die auch in Filmen ja auch immer wieder als Running Get genutzt werden, vor allem Menschen, also kleinwüchsige Menschen. Das, ja, das soll jetzt irgendwie wiederkommen oder so? Ich verstehe gar nichts. Das habe ich gar nicht verstanden, das wollte ich aber dann noch einwerfen, weil es auch so da Kommentare gab. Richtig, richtig, also die ganze Unterhaltung war einfach fucked up und weird. Noch in der Woche, in der das Video ausgestrahlt wurde, landeten dann die Clips auf TikTok, aber erst jetzt hat man Wind davon bekommen und die Leute rasteten aus. Und jetzt passiert Folgendes. Viele Personen des öffentlichen Lebens forderten Sat.1 auf, das Programm von Mockridge zu canceln. Viele Menschen mit Behinderung reagierten empört über die im Podcast getätigten Aussagen und auch der Deutsche Behindertensportverband rief dazu auf, die beeindruckenden Leistungen der ParasportlerInnen zu würdigen, statt sie zu verunglimpfen. Christina Vogel, Janina Nagel, Stefanie Fleick, Katrin Amy, starteten im Zuge dessen die Petition Stoppt Luke Mockridge & Co. Kein Platz für Behindertenfeindlichkeit in den Medien und richteten diese an Mark Rasmus, dem Geschäftsführer von Sat.1. Sie forderten Sat.1 dazu auf, die Zusammenarbeit mit Mockridge zu beenden und die geplante Ausstrahlung von Was ist in der Box, das Comedy-Quiz abzusagen. In einem Update forderten sie auch auf, Nisa und Cheyenne zu stoppen, die ganze Arena mit ihren Inhalten bespielen. Sie machten sich nämlich lustig über den Skandal, beziehungsweise nur Nisa, und kündigten aus Protest an Xavier Naidoo einzuladen. Mach. Sorry, aber ich weiß nicht, ob Xavier Naidoo sich auf die einlassen wird. Nope. I'm not going down that road. Ja, vor allem wozu? Ja. Also, wobei gut, vielleicht haben die eine Chance, Oliver Pocher hat es ja auch gemacht, aber die beiden verbindet ja auch eine Freundschaft. Ich weiß nicht, ob ihr beide wichtig genug seid, dass Xavier Naidoo zu euch kommen würde. Christina Vogel, ehemalige Bahnradsportlerin, die seit einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt ist, erklärte, dass man auch über Menschen mit Behinderung lachen darf, aber diese Witze unterirdisch waren. Sonntagabend entschuldigte sich dann Mockridge auf Instagram. Am 12. September geht er auf Tour und auf dieser Tour spricht er über Menschen mit Behinderung und den paralympischen Spielen. Er zeigt den besagten Ausschnitt aus der Tour und bezieht diesen dann auf den viral gegangenen Clip aus dem Podcast. Er erklärt, dass es nicht seine Absicht war, Menschen mit Behinderung und die paralympischen Spiele zu mokieren. Gemeinsam mit Sportler und Comedian Meester, wobei da nennt er ihn nicht namentlich, hat er die Jokes erarbeitet, um darauf aufmerksam zu machen, dass Mitleid oft die schlimmste Form der Ausgrenzung ist. Der Zuspruch gerade von Menschen mit Behinderung war enorm und durchweg positiv, schreibt er. Ja, das ist subjektiv und ja, das wird im kurzen Trailer-Clip nicht deutlich. Klar ist auch, Gags, die man erklären muss, sind handwerklich nicht gut. Also, er gesteht ein, ich hab's verkackt, find ich schon mal gut. Er erklärt dann, dass er bei der Arbeit mit behinderten Menschen immer einen scharfen, schwarzen Humor erlebt hat, den er gefeiert hat. Er stimmt zu, dass es ihm selbst nicht gelungen ist und dass es ihm leid tut, dass er Menschen verletzt hat. Er schreibt, und ich zitiere ihn, es fuckt mich auch ab, dass Medien zum Ende dieser paralympischen Spiele über mich sprechen und nicht über das Turnier. Und dann sagt er, er nimmt dankend die Einladung des Deutschen Behindertensportverbands an, um zu lernen. Was halten wir von dieser Entschuldigung? Bin ich in der Position, das anzunehmen? Das ist es. Wir können nicht wirklich dazu was sagen. Er hat dazu dann noch einen Clip gezeigt, wo er quasi, und diesen Clip oder diesen Gag hat er auch bei den Deutschen benutzt, wo er meinte, ja, da muss man auch erst auf die Idee kommen, zu sagen, wen gibt es da überall auf dieser ganzen Welt, der eine Behinderung hat und die lassen wir jetzt gegeneinander antreten. Und dann hat er irgendwas mit Zahnstochern gesagt und dann... Ja, den Witz soll er ja auch geklaut haben von einem britischen Medien. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Deswegen merkte das Wording, wir können das, glaube ich, jetzt nicht einblenden, ne? Alles, was von dem Podcast die Deutschen sind, kann ich nicht einblenden. Okay. Aber wir können uns ja noch das Bit von dem angucken, das hat er ja auf Instagram gepostet. Das ist aber nicht aus dem Podcast, ne? Können wir mal später gucken, weil ich habe dann den Bit rausgefunden von diesem Comedian und dann können wir das vergleichen. Ja, ja, doch, das können wir machen, ja. Okay. So. Turns out, es gab nie eine Einladung vom DBS so RTL Online. Sie hatten folgendes gepostet, also der DBS, ja Sportverband. Wir möchten dazu ermuntern, sich Parasport live anzuschauen, um zu erleben, zu welch beeindruckenden Leistungen Menschen mit Behinderung in der Lage sind und um zu verstehen, welche Bereicherungen sie für unsere Gesellschaft sind. Damit meinten sie nicht, dass Mockridge persönlich vorbeikommen darf, sondern dass er sich das bitte online einfach still und mit großer Demut anschauen soll. Komm ja nicht vorbei, Luke. Tür zu. Oh mein Gott. Dann gab es nie offiziell eine Zusammenarbeit mit Matthias Meester und das fand ich wild. Also, er, Meester, meldete sich Montagnachmittag zu Wort und erklärte, dass Luke ihm zwar Witze über Kleinwüchsige schickte und er ihm auch ein positives Feedback gab, er aber nie etwas mit den Aussagen zu tun hatte, die er dann im Podcast getroffen hat. Mhm. Und er fand das auch alles sehr, sehr schlimm. Mhm. Dann, Mockridge habe seine Jokes bei Shane Gillis geklaut. Tauber? Naja, so Wörter wie wild und so. Was diese Leute aber nicht verstehen ist, wieso kommt man da drauf, dass eine Person, die keine Behinderung hat, diese Idee quasi sich ausgedacht hat, um Menschen mit Behinderung fortzuführen? Denkt da niemand daran, dass diese Paralympics entstanden sind, weil Menschen eingeschlossen werden möchten. Eingeschlossen? Eingeschlossen, also in diesem ganzen System. Inkludiert werden. Inkludiert, nicht eingeschlossen. Ja, doch eingeschlossen. Mit eingeschlossen. Ach so, okay, eingeschlossen dachte ich, du willst ja die Einschließung drauf. Sorry, also inkludiert werden möchten. Ja, ja. So, das ist der Gedanke dahinter und nicht so, dass mal die Leute ohne Beine gegen einen antreten. Das zeigt aber, wie wir Menschen denken, sowas kann nur von einem weißen Mann kommen, der keine Behinderung hat oder was auch immer. Dann können wir uns mal angucken, was, ah, warte, aber das ist bei denen aus dem Video. Können wir nicht machen. Okay, weil er sagt wirklich fast genau dasselbe und nutzt auch die Wörter wie wild. Ja. Ist das nicht wild? Richtig wild. Ja. Und das, auch so wie der Bit aufgebaut ist, es ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Also geht ruhig jetzt hier in das Video von denen rein. Minute 41, 73. Da könnt ihr das abspielen und dann miteinander vergleichen. Genau, den Link packen wir auch in unsere Quellen rein. Das machen wir jetzt neuerdings. Das Ende vom Lied. Es wird keine Show auf Sat.1 geben. Oder habe ich was vergessen? Nein, genau. Und er ist bei Nightwash aus der Show gestrichen worden, die am 8.9. hätte stattfinden sollen. Jetzt hat auch Emsch Entertainment die ausverkauften Shows in Gelsenkirchen am 25.26.10. abgesagt. Wow. Laut dem Spiegel kündigten jetzt Bubble die Zusammenarbeit mit Nisa und Shayan. Auch Holy hatte bereits im Juli die Zusammenarbeit mit den Deutschen beendet. Warum, wollten sie nicht sagen. Aber es wird in Zukunft keine Zusammenarbeit mehr geben. Und wer jetzt sagt so, ja gut, dass sie jetzt die Zusammenarbeit beendet haben. Vor allem Bubble. Bubble haben aber auch Werbung geschaltet in einer Zeit, wo die ganzen schlimmen Sachen gesagt wurden, die du gesagt hast. Man merkt, die beschäftigen sich halt nicht mit den Inhalten der Menschen, die sie halt mit denen zusammenarbeiten. Nisa ist ebenfalls auf Tour und auch da wurden zwei Termine am 13. und 25. September abgesagt, wobei wir hier nicht rekonstruieren können, warum wurden sie abgesagt. Nisa und Shayan haben noch kein offizielles Statement abgegeben. Ich glaube, da kommt auch gar nichts. Vielleicht sprechen sie auch in der aktuellen, in der kommenden Folge darüber. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Außer ein paar Troll-Tweets von Nisa. Was machen wir damit? Also, wie du sagst, wir können dazu erst mal gar nichts sagen. Wir können uns nur mit den Menschen solidarisieren, die sagen, das geht gar nicht und sagen, ja, das geht gar nicht. Viele, die halt online diskutieren, fragen sich halt, aber wie gehen wir mit Humor um? Weil der offizielle TikTok-Account von Paralympics macht sich auch lustig über das, was passiert. Aber, da sagen viele, das ist so in Ordnung. Das ist in Ordnung, weil ein ehemaliger Paralympics-Spieler, Sportler, Sportlerin, weiß ich jetzt nicht, ob genau das halt macht. und weil die halt mit denen lachen und nicht über sie lachen. Das ist es halt. Ja, das ist halt, jetzt kommen wieder die Diskussionen, okay, was ist Humor, was ist Satire, was ist Sarkasmus, was... Von schwarzer Humor. Genau, was ist schwarzer Humor, wie weit darf er gehen? Ich denke, dass wir bei Humor uns niemals einig sein werden, was in Ordnung ist und was nicht, weil selbst wir kriegen ja auch noch Kommentare, mittlerweile nicht mehr, dass wir zu unangepassten, also unpassenden Situationen lachen oder Witze machen oder so. Dabei sind das oft Witze, die wir machen, um uns selber irgendwie wieder auf einen normalen emotionalen Level zu bringen, weil das harte Sachen sind, über die wir manchmal gesprochen haben. Das finde ich, ist auch nochmal eine andere Sache. Also ich glaube, dass am Ende des Tages Kontext immer wichtig ist und man sich auch immer fragen muss, was ist halt mit diesem Humor, also was ist das Ziel dieses Humors? Ich würde Dave Chappelle schon unterstellen, dass er eine gewisse Aggression dahinter steckte, weil er ja auch später diesen Vergleich, oder generell ja auch sagt, so ja, irgendwie Witze über Schwarze dürft ihr alle machen, aber sobald wir Witze über euch machen oder LGBTQ plus machen, dann ist es schlimm. Und ich habe da schon das Gefühl, dass er mit Absicht dann Witze über diese Community machen wollte, um Limbs zu testen. Und da denke ich mir, okay, was ist jetzt Sinn der Sache? Und ja, also für mich gingen diese Witze einfach nicht, so das einfach vom Gefühl her. Nisa und Shayan lernen eh nie was draus. Die haben auch keinen Bock, sich weiterzuentwickeln. Die haben sich auch keinen Bock. in Anführungsstrichen anzupassen. Nisa noch weniger als Shayan. Shayan, glaube ich, der spricht halt einfach ein bisschen weniger, deswegen hören wir nicht so viel. Schlimme Sachen wie vom Nisa. Bei Luke, also als jemand, die eigentlich nichts zu sagen hätte, mein erster Gedanke war schon, okay, immerhin hast du ein bisschen dazugelernt, wie man mit Medien umgeht, dass man sich auch entschuldigt, wenn man Scheiße baut. Aber ja, reicht das halt? Keine Ahnung. Ich frage mich halt, also es waren so ein paar Gedanken, die ich hatte, weil viele fragen immer so, ja, aber was darf Humor und was ist dann die Lösung und was können wir dann jetzt sagen und nicht sagen? Ich finde, die weiteres interessantere Frage ist, warum regen wir uns so sehr darüber auf? Also niemand dieser Leute, die sich über den Status Quo aufregt, hinterfragt, warum passiert das? Das geschieht, finde ich, eh immer zu wenig. Warum regen wir uns überhaupt darüber auf? Weil wir in einer Zeit leben, in der uns mehr und mehr bewusst wird, diese ganzen politischen Diskussionen darüber, in was für einer Welt wir leben, wie die Strukturen sind, die gerät ja mehr und mehr in den Mainstream durch Social Media. Das heißt, den Menschen wird immer mehr und mehr die Ungerechtigkeit in dieser Welt bewusst. Und ich glaube gerade, weil das mehr so in den Common Sense kommt, gibt es diese Backlash. In dem Moment, wo wir uns bewusst darüber sind, dass Menschen marginalisierte Gruppen und Gruppen diskriminiert werden und dann Menschen in einer privilegierten Position sich darüber lustig machen, sehen wir natürlich diese Ungerechtigkeit. Diese Ungerechtigkeit. Und es gibt dann schlecht darüber zu lachen. Ich finde es aber auch schlichtweg nicht witzig. Klar. Aber darüber kann man sich streiten. Ja, aber ich sitze halt auch und denke mir, okay krass, warum machen wir uns jetzt gerade darüber lustig irgendwie? Und warum hat man das Bedürfnis, diese Witze zu machen? Das auch. Das war eigentlich, deswegen habe ich so heftig, weil ich dachte, du gehst in die Richtung, aber natürlich deine Frage ist genauso. so wichtig. Warum finden wir es so wichtig, uns über alles lustig zu machen? Was möchte Nisa damit erreichen, alle marginalisierten Gruppen zu zerstören, sich darüber lustig zu machen? Ist es deine Unsicherheit? Was ist es? Warum findest du das witzig? Weiß ich nicht. Weil dieser Mann hat für mich noch nie einen ernsten Satz in seinem Leben gesprochen. Außer es geht darum, problematische Leute zu verteidigen, wie R. Kelly. Da kommen wir auch noch dazu. Das sind so Dinge, das ist einfach, und das fehlt mir halt dann in diesen Diskussionen. Warum können die das nicht für einen kurzen Moment hinterfragen, versuchen, irgendwie eine gewisse Form der Empathie entgegenzubringen, zu sagen, okay, ich kann aus deren Perspektive verstehen, statt zu sagen, fucking woke bubble, ihr seid so hypersensibel, snowflakes, bla 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 bla. Nein, ihr seid nur nicht in der Lage, gute Witze zu schreiben. Denn es gibt Comedians, die das schaffen. Ihr seid nicht witzig, ganz einfach. Ich kann mich doch auch über jemanden lustig machen, der gerade hingefallen ist. Das ist so leicht, Witze darüber zu finden. Nichts davon ist groundbreaking. Man hat sich schon immer über Menschen mit Behinderung oder was auch immer lustig gemacht. Das war's. Aber es gibt Menschen, die wirklich witzig sind. Und meistens sind es halt, ich finde mittlerweile Frauen am witzigsten, weil irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich mich da so verbunden fühle. Und weil, also, ich mag am meisten eigentlich Witzen von Menschen, die selber marginalisiert sind, die aber nicht versuchen, privilegierten Menschen zu gefallen. Weil das ist das, was ich bei Nisa immer wieder sehe. Das Gefühl, er möchte irgendwie einer von den Großen sein, von den Mächtigen sein und nicht einer von uns. So fühlt sich das an. Ja. 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 Was sagt ihr? Diskutiert gerne mit uns hier unten. Wir haben jetzt irgendwie so viele Fragen gestellt, vor allem halt, was darf Humor? Darüber wird ja seit Ewigkeiten diskutiert. Was sagt ihr zu der ganzen Situation? Was machen wir mit Luke? Was machen wir mit den Deutschen? Wobei die letzte Frage wird sich nochmal stellen, nachdem wir unser Diebdeft dazu gepostet haben. Und ansonsten abonniert diesen Podcast. Und was sagen wir noch? Genau, versucht uns in die Charts höher zu bringen, als die Deutschen. Wir sind auf Platz 96, der Top-Deutschen Podcasts. Podcasts, ja. Audio-Podcasts. Und diese waren jetzt Platz 53 oder so, 54. Oh, a long way to go. A long way to go. Aber, keine Ahnung, vielleicht habt ihr Lust, mal bei unserem Audio-Podcast vorbeizuschauen. Könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung da lassen bei Spotify. Und vielleicht einfach mal so ein bisschen reinzuhören oder so. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es mal hin. Wir haben es einmal hingekriegt, aber das haben wir halt nicht drüber gesprochen. Und die waren dann auch ganz unten, deswegen ging es. Aber vielleicht kriegen wir es hin. Und ansonsten an Nisa und Shayan, solltet ihr das schauen, chillt. It's not the deep. Ja. Also, wenn ihr euch lustig machen könnt, können wir doch diskutieren. Und uns auch über euch lustig machen. Eure M und M's. Eure M und M's. Full circle moment. Das war eigentlich voll der süße Nickname. Egal, wir werden mehr. Ich wollte ein M machen. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Das McDonald's M. McDonald's. Nee, warte, nachher ist das ein Zeichen für irgendwas. Keine Ahnung. Gang? Das füße sich jetzt gerade so illuminatimäßig an. Oder irgendeine Ahnung. Gang. Gang. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao.